Ja, ich möchte jetzt zeigen, wie man den Zeilenabstand von Fußnoten auf Einzeilig einstellen kann. Ich gehe also hier in eine Fußnote rein, öffne wieder das Menü Formatvorlagen, bin dann hier schon im Bereich Fußnote, rechte Maus, das der Ender, primär Registerkarten, gehe auf Einzüge, Abstände und kann hier den Zeilenabstand dann zum Beispiel auf Einzeilig umstellen. Man sieht schon, wie sich hier das Ganze dann zusammenzieht. Ich habe hier nur noch einen Einzeiligabstand.